Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Ja ist das ist das so lecker? Joghurt? Was? Joghurt? Ja mach mal. Ja wo ist er denn? Ja ja Ladeviereck. Achso. Ja. Ja das wenn man gerade erst startet den PC dann ist er Ladeviereck da. Ja das ist ja ein Ding. Hättest du ja voll schon mal machen können. Ja ich bin ja gerade erst zuhause nach Hause gekommen. So was ist das? Ja. Und dann mach ich Steam auf und erblicken meine Augen. Drei meiner Freunde spinke den Flur. Na hoppsa. Ach guck mal jetzt hier. Jetzt geht's los. Du hast Freunde? Das ist ja ein Ding. Das ist mir neu. Ja Steamfreunde ne. Steamfreunde. Keine echten. Achso das meinst du. Ja. Ja Internetfreunde sind ja keine echten Freunde. Weiß ja jeder. Genau genau. Wollte schon gerade sagen welches utopisches Bild von dir. Ja. Ja ist langweilig. Ja ist noch ein Liter Joghurt. So. Beitreten Passwort. Achso ist ja wie immer. Peter. Genau. Immer. zum Beispiel. Genau. Zu den kleinen Sätzen muss auch ne kleine Stimme her. Nein. Ach haben wir jetzt kleine Sätze ja. Ja ja. Ja ja. Ja ja. Ja oh Gott. Jawoll. Du hast nur die Stimme erzählt da ja. Und mein Headset. Nein. Ich hab Logitech Headset und da kannst du das mit einer alten Software. Mittlerweile geht's mit der aktuellen geht's nicht mehr. Aber mit der alten Software hast du so vier, fünf Stück gehabt. Da kannst du hier je nach Stimmlage kannst du dann auch einstellen. Na das Headset so lustige Knöpfe hat. Das schon gar nicht. Während des Redens drücken. Hier jedes Mal. Nein. Bestimmt. Da geht die ganze Zeit. Nein. Oh da kriegst du Kopfspelzen bei dir auch. Nee er nicht du. Haha. Ich weiß jetzt nicht mehr ob ich das noch annahm oder nicht. Ja. Ja hast du. Ja ich merk's auch. Ich muss ja jetzt mal in das Programm reingehen. Einmal gucken. So können wir jetzt mal Ogo Ogo machen. Das wird nämlich ziemlich langweilig. Oh. 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 Jetzt wurden sie zickig. Ja. Moment. Spann ich mal. Was nehmen wir jetzt für Klasse denn hier für das Zeug? Ja. Weiß ich nicht. Wir gucken erstmal ob die Meppler für gut ist. Wenn die jetzt wirklich arschklein sind. Dann wechseln wir gleich mal irgendwie auf weiß ich nicht. Aber was anderes auf jeden Fall. Ja gut da war erstmal Berserker. Ups. Gessen. Bin ich gespannt. Gessen. Tu mal an den Generator. Oink 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 oink. Mach mal ein bisschen Licht. Hätte ich auch gleich mal 10 Runden machen können. Na. Nein. Nein. Ja so klein sind sie doch gar nicht. Ich glaube halt immer. Glaubst du überhaupt noch wiegt die. Doch wiegt die Outbreak. Doch 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 doch. Da steht's. Ich glaube. Ich glaube. Die sind. Nur die großen sind klein. Aber hier hälfte du die. Ah ne 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 ist halb und halb. Hier laufen noch kleine Schweine rum. Ich werde immer kleiner ja. Ooooooh. Das könnte lustig sein bei den großen gleich. Große selbst ganz klein. Aua. Aua. Ach hier kommt so ein kleines Ferkel hier. Das ist ja gut. Wie lustig. Ha. Jetzt jetzt. 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 Ich fülle mich. Du feier das Gott an. Ein riesige Terror ist live. Ey wir haben hier zwei Berserker und noch ein Feierberg. Alles klar. Ich rate einfach alles andere. Dann laufe ich jetzt. Das ist schon meine Taktik, kannst du vergessen. Du bist aber kein Firebug. Ob sie sich auf den gleichen Schaden machen, wenn sie klein sind? Ja, stimmt. Alles andere wäre langweilig. So, Treader. Gründer. Geht direkt. Geht ganz schön auf den Sack hier. Der ist ganz schön klein. Guck mal, der nimmt immer noch. Guck mal, wie klein der ist. Na ja, dann haben wir hart gerechtes Klick. Das finde ich ja nicht so geil, der Kleine. Gibt's noch Money zu scheren oder muss ich... Ja, warte, wo bist du, wo bist du? Ja, hab ich nicht. Na, gibt's nicht. Ja, danke. Ey. Stop talking about money. Hahahaha. Tschüss. Guck mal, ja. Wo musst du denn noch? Ja, ist nicht so schlimm, wenn er das hat. Ich renne wieder, ich renne wieder zum nächsten Mal. Kann man mehr, weil ich, hallo, ich. Neue Toi, wenn er in den Treader war. Hahaha. Wie weiß. Boing. Eh, ich will da raus. Das ist die J-Maniva. Oh, kann man gar nicht so gut machen. Wir sind ja nur noch 10 Sekunden. Ohhhh, fehl. Komm, wir kriegen die jetzt mal hier mit elektrischen Schocken. Kann man nicht mal hinten uns hinstellen? Vielleicht am Karussell? Ja, kann man. Du und dein Karussell. Ah, ist eigentlich ganz geil da zu stellen. Man könnte sich auch... Ja, hier in den Gang stellen, das geht auch. Vier. Ja. Naja, wenn du campen willst, gehen wir auf die Tings. Auf die Achterbahn. Ey, die Achterbahn kämpft nicht richtig kacke. Ja. Alter, gewinnst du ja. Aber das gewinnen wir auch so. Aua, ey, aua. Ich liebe dieses Talos, ey. Das ist so witzig. Boah, den hab ich angeschossen. Nicht getötet. Der ist so klar. Aua, Aua. Aua, Ripp. Ja, hier, gegessen. Was ist da? Ja, ich kann da nicht mehr raus, Alter. Komm da nicht raus. Kannst du ein Messer mal nehmen, wenn der klaut? Oder irgendeine Nachfrage. Ist nicht direkt da. Ja, der dem kann. Ich kann nicht, ich glaub's. Ah, danke. Ja, auf einmal wurde das da ziemlich eng, ey. Da hab ich immer kleiner holen. Da sind die Fußnägel abgeklappert, die kleinen. Ja, aber die haben immer kleiner holen. Aber je mehr Schaden die kriegen, desto kleiner werden die. Ist ja interessant. Oh, da ist einer angekommen. Tatsächlich. Very cool, Lager. Die sind nicht Luft denn auch. Wie ich bin. Leicht Blut, genau. Brauchst du gar nicht mehr die Lebensfreude. Verkleiden sie sich. Also entweder instant töten oder... Leben lassen. Hat irgendwer das Messer eigentlich gesammelt? Ja, hat er schon Oh, hier mach mal Musik, Alter, was ist denn das denn hier schon wieder? Ruhig, beruhig dich, Brainer Ja, ja, mach mal Kleinen Hass gefällig Schön, schön, voll krass Oh, hier Abstauber, was soll ich hier sehen, war mein Kill Ja, 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 gut kommt da Hang on, new clip in Oh, that's nice Böse, böse, böse Ah, jetzt hab ich fast zu schwer verkauft und jetzt Ah, abonnen Ah, ja, Medic 1 Ah, ja, Medic 1 Hier, unser lieber Medic Mann, der hat sich die Shotgun geholt und das SMG anstatt der anderen Ah, egal Er wird das schon machen Ja, genau, hauptsache Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt wegen dem, dass die so kleiner werden, ne? Ja, der muss ja nicht schießen, der muss ja nur heilen, ne? So ein Blei Ha, oink oink, hallo Ich weiß nicht, aber der Mann klingt nicht geil, wa? Aua Ja, da kriegst du schon wieder, ne? Blaue Flecke am Hintern Du traust dir was zu Ja, das ist so geil, wie die mal wegfliegen von dem Verruss, ey Hier ist die Fettsäcke rein Mach sie klein Wenn jemand einen kleinen Fettsäcke hat, Guck mal her Der lebt immer, der kleine Jawohl, der steht sogar noch mal auf Guck mal, hier rechts ist Ja, ja, ich verstehe Ich verstehe, ne? Lass ihn mal leben, ey Wo ist er? Ja, komm mal Ja, komm mal Guck mal, kleiner, aber kann kosten wie ein großer, Alter Das ist so geil, geil Oh, Mann Oh, Mann! Der hat sich so schön zugerichtet Ey, du mal auf die Flashballs gespannen Null meinen Streaks Aber dann musst du das mal auf AOE stellen Ja, jetzt nacken wir noch klein Auf klein Auf klein Dann der Schaukel hier kommen zwei so kleine dicke angewackelt hier kommt so viele kleine an halt das mal eben hier ach ja viel ungewohnt, viel Geld man hier kriegt bei 7.000 das ist wieder anders 3 Sekunden, da ist gut wir müssen noch die Muni Boxen holen ja, festgegeben, aber nächste Runde bräuchte ich auch mal für den Hammer dann ich brauch 300 für den Hammer ich hab jetzt nicht, ich hab alles abgegeben 300 hast du? jetzt hab ich, hab schon war keine Muni ja ja ich hab noch 8, 8 hab ich noch über ja hier gab's Boxbox hier mal noch ne Runde ich noch mal ein bisschen Muni ihr werft euer Geld weg ich brauch noch ein bisschen was für den Hammer ich weiß was ist weg genau ja wunderbar toll ja ich will die fair damit das ist doch nicht ich hab noch Muni Box gefunden korrekt ja mit Settern lässt sich das noch für schnell lassen jetzt geht's los ich mach den ganz klein, ich schwör wenn der kommt der macht bestimmt auch mal richtig Aua ja der macht bestimmt richtig Aua dann lass den Kettenseer wenn hier gleich Flashpawnd kommen lass mal nur mit Messerbar hier mit ja Flashpawnd hier ja ich mach nicht geht bei mir hier beim Kommando ja ich komm lass den mal nur mit Katana-Bar arbeiten ja der rennt schon, hallo Hilfe Aua 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 komm schon der muss kleiner werden ja der wird er ja hey ist gerade drauf wo ist er denn? ich kipp gerade Setter ja da ist er noch ganz wenig nur noch, ganz wenig ich hab ihn gerade geköppet hier mal durchgehen alter boah Jürgen einmal durchgerattert einmal durchgerattert das war der Trick ha die kriegen doch eigentlich auch die kriegen doch eigentlich auch Damage hier von dem Drehteil, oder? ja du müsstest dir die ja nur ganz oft da durchlaufen lassen ja der passt gleich hier kommt dann von laufigern ja ja letztes Mal ist der Putty da durch und er hat auch so dann die Beine weggebrochen der ассchuld da der 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 auf Weil die werden auch immer kleiner und dann die Geräusche werden auch, ja, dezenter. Ja, hier sind eine Sirene zum Beispiel. Ja. Aua. Hey, people. I'm fine, thanks. Ich kann jetzt auch nicht ganz gut money schälen. Äh, brauche ich, ich habe den Hammer jetzt selber, alles gut. Ich verbrauche nichts mehr. Ja, wahrscheinlich klaut aber, ne? Ja, ein bisschen durch und nehmen schon. Hier so, 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 bis 800. Dann habe ich alles voll. 100 noch. Fine, danke, reicht schon. Danke, wir sehen. Tschüss. Dann gib mal wieder ein bisschen, kann ich mir noch Rüstung kaufen. You need this more than me. Da reicht. Hier. Mal Rüstung kaufen. Ach, es ist jetzt schon wieder gegen meine Auswendigkeit. Echt? Was? Ich? Nein. Ja, du weißt, ich kann das nicht sehen, ne? Das ist ja nichts. Nee, ich habe bei mir so einen lustigen Grafik-Bug. Grafik-Bugs sind nicht lustig. Ich kann, ich kann den End-Boss, kann ich nicht sehen. Immer ist es, wenn diese Video-Sequenz kommt. Und ich kann, wenn ich in meinem Inventar bin, auch nicht sehen, oder in meiner Ausrüstung sehen, wie ich alt aussehe. Ich bin nämlich komplett schwach. Ja, mach doch mal hier Dateien auf Fehler überblüten. Habe schon. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist eine Einstellung von den, von den Grafiken. Ich weiß, was ich einstellen muss, dass ich das nicht mehr habe. Das Problem, was ich aber dann, das Problem, was ich aber dann habe, ist, dass ich dann auf bestimmten Maps, Beispiel bei Jotix, so unten in dem Tunnel, richtige FPS-Einbrüche habe. Oh, da kommt noch ein Fettkopf. Von Standard 160 über 80, runter auf nur noch 30 bis 40. Oh, okay. Das ruckelt dann so übel, sodass ich das dann nicht spielen kann. Dementsprechend ist mir das dann lieber egal, wie ich aussehe, vielleicht kann ich vernünftig zocken. Was heißt, es ist egal, wie ich aussehe, aber ob ich das sehen kann. Oh, Fleischpapier an sich, Mann. Das ist ein bisschen gesagt. Ja, aber der war doch mal für Ecke. Jetzt ist der. Ja, aber für so eine kleine Rückwurme, meine ich. Ja, das ist doch. Der Schaden würde sich nicht ändern, die WM-Logal. Da kommt ein Mini-Hast, vorsehen, vorsehen, wups. Das war ja, aber es war Spaß, ja. Oh, geil. Du wirst ja auch kleiner, wenn du wirst. Was? Was? Die Spieler werden auch kleiner, wenn die Gegner passieren. Das ist ja dann auch krass. Das ist ja dann auch krass, das ist für mich auf der Fall. Wir werden das testen machen, lassen wir mal eben richtig Schaden drücken. Hier, da ist Hast. Da vorne kommt ein Hast, kippt mir den mal. Komm, schieß. Ja. Ja. Wie geil. Warte, da geht noch mehr. Hallo. Wie geil ist das denn? Das ist ja krass. Wir wollen mal wissen, wie klein ich werden kann. Läuft. Das ist ja geil. Ich war auch so ein kleiner Giftwerk, Werde. Denkst du die ganze Zeit instill mit einer Behrung. Das ist nicht gut. Der hat mir heute die Failbär. Hat es leider ja nicht beibehalten. Nein. Das haben wir auch noch 15 Minuten. Na, wenigstens erstmal für eine Woche. Oh, geil. Wie geil. Hier, mach mal ein Generator ein. Wir lassen mal da hin. Ja, schon unterwegs, schon unterwegs. Okay. Die Failbär ist dann nicht mehr Gondeln. Das ist ja bestimmt doppelt so witzig. Äh, endlich ein bei mir. Anzüge. Das ist ja nicht mehr. Oh, wie kleine! Oh ja, der ist ja niedlich. Ja, gucki, gucki, gucki! Das haut Läppchen. Warte mal, ich konnte noch mal ein Ding, das mir mal rum kleinig werden kann. Ja, ich hab voll die Rüstung, ey. Ja, aber guckst du wieder. Stell dir das mal bei Hans vor. Oder bei Kevin! Oder? Pastamento und Frau Kleiner. Ja, was ist denn? Kass! Ja, Gesundheit! Drückst du noch mal ins Mikrofon, Mann. Geh mal zum Ogle. Doktor! Der ist chronisch. Der, 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 der. Zwickt ja da irgendwas rein. Stimme, kacke! Der macht mal in der Luftwarnsch. Oh, fein! Der Kreiselficker, wie klein der wird, Alter! Ha! Der macht aber auch richtig Aua, ey. Wissen wir was? Wissen wir mal? 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 Wissen wir mal hin. Oh, welches? Wissen wir? Das warum ist denn? Ja, ein Vignette! Oh, das ist ja niedlich. Lass mal noch mal einen über. Am besten irgendwas Großes. Ja, lass mal die Dinger ins Über. Die sind fester, ja. Mach mal die mehr mit mir. Ja, der macht zu wenig Schaden. Wir müssen ja nicht mal so Häufchen machen, die machen wir jetzt nicht. Ich hocke noch übrigens. So, hier, jetzt bin ich auch schön klein hier. Oh, 19 HP, 18, 17. Ah, 12, 7. Nein, 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 nein. Bleib mal stehen, mit Süßermachen. Ja, ja, komm, ich kann da nicht stehen bleiben. Ja, lauf mal bitte weg und dann kommt mal hier ins Licht. 9 HP, 8 HP, 7 HP, 6 HP, 5 HP, 4 HP! 3, 2 HP! Ah! Wow! Dachte ich heil dich mal eben schnell, ey. Wurde gar nicht abnehmen willst. Ja, wo ist das? Was für ein witziger Mod, ey. Wurde ich noch Munitionen, wenn jemanden braucht. Da haben wir mein CLT. Bring up the Trading Controls and upgrade your gear. Are you good? Ready to rip someone in the world? Äh. More Zed's on the way. Start to wrap things up, as they say. Oh, und dann, ah. Da war auch nur Leben abgezogen, keine Rüstung. Reaktivier einmal den Generator. Ah, ja, ok. Schön. Sooo, finde ich das gut. Und gleich direkt Spawn-up, zwei Flashpawns, den Zed ikiss. Bums. Ja. Forts closed. Go make a difference. Guck mal in Ruhe. Guck mal in Ruhe. Guck mal in Ruhe. Du weißt wie gesagt, es ist schon passiert. 3 Flashpawn bei mir. Achtung. Ja. Mach mal. Hilfe. 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 Guck mal in Ruhe. Enda variant. Guck mal in Ruhe. Die Eingriffen der内ere. Guck mal in Ruhe. Guck mal in Ruhe. Guck mal in Ruhe. Ach, Schnauze, voll, ja. Alle down? Ich glaub schon, ja. Zwei gekillt. Oh, das ist meine. Weißt du. Ja, ist schön, dass du ja so viel Z macht, Frau, aber... Ja, Mann. Ach so, Schnauze, ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Aua. Ich hab ja... Oh, wir sind fertig. Exce Low, that's nearly all of them. Es passiert hier gar nichts hier, das ist wirklich nicht wahr? Ja, ich hab jetzt zwei Aftung. Was? Zwei Aftung. Da unten einpferd. Ich komm, wir sind 3 Fchen, ich konnte da leider nicht durch. Ja, wir brauchen 3 Fchen bei uns. Komm durch. Komm mal her, Monkey. Bist du Kleiner? Aua, der macht aber hier ein Aua. Ja, Kopf ab. Da liegt klar, 800 liegt auch gleich. Eins wenn oder Kevin? Beide. Ja, zwei kleine, komm. Ich wär für, ich wär ja für Kevin. Du, Ari, mit deiner bösen Tür. Jaja, du willst mich auch einsperren. Sei ruhig. Ich hab den auch mal eingesperrt. Final choices, people. Enemies on the scroll. Ja, ich hab ihn noch. Reis, reis, reis. Ja, schauen wir mal. Ja. Oh, ich lass ihn hier hochkommen. Wer auch immer kommt. Ja. Ja. Ja, wie geht man? Der sieht aber aus. Der könnte aber auch wieder sehr klein werden. Ja. Mit so einem ganz kleinen Schild. Und so. Den Messer an. Ja. Ja, stimmt. Wir müssen den Messer an. Ja. Vor allem, wenn der sich an dir nährt. Der wird dann wieder größer. Ah, die Stimme. Der ist ja putzig. Ahahaha. Ah, die weine. Die weine. Da war der so etwas ist. Ha, ha, ha. Hey, da ist er. Der hier. Der hier. Der die rote kleine Buggel. Das finde ich ja leer. Komm! Wo ist er denn der süße? Franz. Oh, jetzt sind wir bei Granaten. Oh, oh. Rippen. Oh, Schmerz. Wo ist denn mein Heiler? Messer, 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 Messer! Oh, Schmerz. Wie krass. Stehen wir da alle drum rum und Figger damit besser lang ist. Boah. Ich rück' ja der Kreisel Figger. Für ein Bukake-Party, ey. Ops. Gegessen. Also irgendwie kommt hier bei mir... Ne, geht nicht weiter, ne? Ja, mach ich auch. Ich rück' ja der Kran. Ich rück' ja der Kran. Wie schau ich das mal? Wie schau ich das mal? Ja, ich rück' ja der Kran. Ich rück' ja der Kran. Vielen Dank.